die hallo hallöle meine freunde der ein oder andere von euch würde sicherlich schon bemerkt haben dass sie ein bisschen anders bin ein bisschen komisch dass es mir vielleicht nicht wirklich gut geht besonders auffällig war natürlich auch dass ich hier acht tage am stückste finals gestreamt habe man kann schon gesuchtet sagen also ich habe da ja fast acht stunden gestreamt und das trotz arbeit trotz schlafen etc da hat irgendwas nicht hingehauen dass das das steht außer frage das ist denke ich mal dem ein oder anderen klar gewesen dass das nicht normal sein kann gut ja was ist los ja meine freundin hat nach zehn jahren jetzt mit mir schluss gemacht wir haben uns getrennt wir sind im guten auseinander ich denke mal dass wir auch in zukunft als freunde sicherlich noch hin und wieder was machen werden uns sehen werden aber natürlich dann als freunde ich bin jetzt sehr traurig natürlich und muss das jetzt alles verarbeiten ich habe anfangs richtig 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 negative gedanken gehabt auf die ich gar keine lust hatte und manche gedanken sollte man auch nicht denken und the finals hat mich dann doch ein bisschen auf andere gedanken gebracht deswegen habe ich das dann gestreamt und es war auch schön immer mal wieder jemanden im chat zu haben oder jemanden in discord zu haben damit mir redet oder so es war einfach sehr gut hat sich gut angefühlt einfach in dem moment das muss natürlich aufhören das ist das ist vorbei das ist klar das geht so nicht endlos weiter und verzeihung ich muss mich dem ganzen jetzt stellen natürlich den ganzen gedanken dem ganzen problem einfach allem das ist nun mal so das ist aber okay das kriege ich hin ihr müsst euch gar keine sorgen machen weder um mich noch um meine freundin noch um sonst irgendjemanden ist alles in bester ordnung mehr oder weniger den umständen entsprechend um ja gut das war soweit dazu was bedeutet das jetzt für meinen youtube-kanal das wird den ein oder anderen leider interessieren und deswegen muss ich das leider auch in dieses video reinpacken sonst hätte ich es weggelassen ja aber gut was soll's ich wollte wöchentlich um mori stream ist nicht passiert habt ihr mitbekommen und ich wollte wöchentlich mindestens eins der game dev café spiele stream aus dem jam habe ich auch nicht gemacht ist auch ausgeblieben werde ich jetzt aber nachholen um mori nicht um mori tut mir glaube ich jetzt aktuell gar nicht gut ihr könnt da ja mal reingucken in die beiden streams und ich glaube das wäre jetzt nichts was ich jetzt aktuell mit meiner aktuellen gemütslage spielen möchte einfach die abg maker spiele werde ich aber stream weil ich versprochen habe dass ich dies drehen und ich möchte ja selber auch noch abstimmen im forum und da muss ich die spiele ja gespielt haben und ob ich das jetzt oft zu offscreen mache oder streame ist dabei ja fast egal wenn ich ein bisschen komisch bin im stream bisschen anders als sonst nehmt mir das bitte nicht übel diesen samstag würde ich das streamen ich würde so nachmittag vielleicht so 17 uhr rum anfangen schaue ich mal wie ich das hin kriege und das wird dann aber der letzte stream für die nächsten wochen und monate wahrscheinlich ich werde dann auch keine videos hochladen auf youtube die nächsten wochen und monate bis ich mit mir selbst im reinen bin ich denke dafür haben die meisten verständnis und ich bleibe in discord erreichbar also ihr könnt gut und gerne mich in discord anschreiben ob ich dann antworte ist kann ich jetzt nicht vorhersagen das liegt dann an meiner gemütslage in dem moment und natürlich auch drauf kommt drauf an was geschrieben wird aber ihr könnt mich ruhig in discord anschreiben also ich werde es keinem übel nehmen ja gut danke das war es dann von meiner seite aus dann wenn ihr noch einen coolen abschieds stream mit mir zusammen erleben wollt dann kommt diesen samstag einfach in den stream sagt kurz hallo würde mich freuen unglaublich würde mich das freuen und ansonsten mache ich dann eine pause mit youtube ok ciao ja kein noch ja ja das war es dann ja